Hallo zusammen, ich trinke ja in meiner Freizeit beim Korrigieren. Leiterweise sollte ich ein Niste haben und auch wenn er light ist, das ist nicht das Gesundste. Darum habe ich jetzt Alternativen. Das Mikro, das mich immer noch nicht sponsert, hat mir eine Werbung geschickt für Trinks, wo man aus Wasser etwas mit Geschmack machen kann. Dazu braucht man ein Rüeble, Öpfel, Pfeffermünzwasser. Da braucht man 9 Dezli Wasser. Natürlich muss ich nicht spessig, bei mir ist es ein Liter. Dann braucht man das Brett zum Schneiden, das Rüeble, einen halben Öpfel und Pfeffermünze. Jetzt fangen wir an. Zwar fangen wir an mit dem Rüeble. Die Enden abschneiden. Ich habe das Gefühl, die Besten des Rüebles sind in Schalen. Darum röste ich es nicht. Man sollte jetzt lange Streifen schneiden. Man kann das machen, entweder mit einem Sparschäler. Wenn ich nicht so gerne, ich habe lieber diesen. Hier die Streifen schneiden. Dann legen wir das Wasser rein. So. Dann machen wir genau das gleiche mit dem Öpfel. Das heisst der halbe Öpfel. Das ist mir gleich. Ich habe den Gericht ganz. Und dann heisst es ganz dünne Scheiben schneiden. Ich schaue schnell, ob ich hier gerade mit ihm super schnitzen kann. Dann habe ich hier noch die Münze. Da brauchen wir nur noch zwei Zweige. Ein, zwei Zweige. Zwei Zweige. Wir müssen noch ein wenig. So. So rein. Ich glaube, du hast gut einen Liter genommen, sonst hat es gar nicht Platz. So. Jetzt rühren wir noch ein wenig. Wenn es noch ein wenig im Wasser ist. Dann lassen wir das mal stehen. Ich probiere es dann. Ich wünsche viel Spass beim Nachmachen. Und dann einen guten.